willkommen mein name ist daniel p und ich begrüße euch zurück zu lego star was die skywalker saga in der letzten folge sind wir ein bisschen durch wo sind wir hingegangen wir sind nach nabu gegangen haben da nicht mehr gefunden doch wir haben dann den city komplett abgeschlossen mit dem sammeln und so wir sind auf tätowien rumgerast haben ein paar quest erledigt ein paar klicks quest angenommen wir waren bei der mann auf utapau haben da ein paar quest und so erledigt naja und jetzt bin ich hier gerade auf okay ich bin hier richtig anscheinend ich habe diese eine question genommen diese gemüse sammel quest letztes mal und da müssen wir nach nabu und kashik und ich bin ja gerade auf der buch und ich bin heilfroh dass ich hier richtig bin weil als mich hierhin teleportiert habe da da haben die mir gar nicht angezeigt so wo diese quest hier machbar ist also ich wollte erst zu dem zu dem einen see hingehen um zu gucken ob ich dahin muss aber ja ich habe mich dann doch hier für feed entschieden und jetzt wird mir angezeigt ja du musst hier in der hier so ein sohn quest marken also hier bin ich richtig anscheinend gut sagt ihr ihr kommt gerade noch rechtzeitig die gehen weg wie geschnitten brot natürlich ist eine derart begehrte ware nicht billig ich nehme an ihr könnt gott 10.000 mann hast du glück dass ich eine menge hat auch nicht mal ein kratz sein mein vermögen gemacht okay weiter sind immer noch nicht alle ich war immer noch welche in einem lauf kashik und nabu gemüse wird mir aber nichts angezeigt na wo blinkt bei mir immer noch super über mehr gehen wir hier in ich war wirklich mehr nicht angezeigt seit mir ja nicht auf die quest marke ich will immer noch hier ich glaube da sind rebellen rinne ich will immer noch mit mir herumschleppen da unter sich aber alles klar und schon sagen jetzt und sehen wir müssen die dinge sein so frisches gemüte sagt mir jetzt nicht kann jetzt 10 finden denn der hat nicht doch was gezeichnet in der für viecher okay siegbar okay sagen wir jetzt nicht könnt ihr 10 von den dingen finden ich habe es umsonst das ganze geld hier ich habe keine viechter getroffen anscheinend naja wie gesagt hier fehlt mir noch okay es brauchen sie irgendwie verbunden mit otto bunga dann aber jetzt mal bin ich hingegangen mir hat nur einer gefehlt ich habe ich gefunden wurde ist jemand otto bunga und der paunga see sind dann verbunden dass ich mal gucken in den konga city ok dann sind die beiden orte im verbunden anscheinend alles klar muss ich bescheid da muss ich ja eigentlich auch nicht mehr in außer durch quest und offensichtlich ja ich war noch ein paar möhren nur seid ihr eine brauche ich noch sehe ich gerade natürlich noch zwei oder drei wo sei da hallo mieser suchen einige karotten möhren schlägt noch kollega wo bist du ich brauche dich als teil meiner gesunden ernährung schwer kann es sein so eine so eine möhre die ist bestimmt hier an der pass auf da geht auch auf ja da bin ich die ganze zeit machen natürlich noch nicht mal umbringen oh mein gott leute ok nun seid ihr hier drin irgendwo ja so war ja fertig ab nach kashik um die da zusammen noch da können wir auch noch ein bisschen erkunden auf kashik da fehlen mir auch noch zwei dinger ein charakter cool dann kann man auch verraten es ist mein gott schon wieder länger gedauert zu sein sein mussten fand ich okay wow darf weder auf kashik komme ich hier fortan ließt rückblick gerade auf gott und alle wuchs abgeschlachtet hat damit ein 501 soll hat mit ironisch weder hat alle abgemacht so da muss ich wahrscheinlich hingleiten nämlich an was man da ein dann sieht auch aus dass ich gleiten ja hier muss ich klein hier war das mini spiel weil ich mir letztens gedacht hatte du nein zumal ein macht der gewohnheit das meiste unserer ernte wurde während der schlag zerstört möglicherweise noch ein paar chintux herum in andernfalls besorgt die welche aus dem lager äußern ok genau hier sind wir sind ja deswegen gehen gekommen so wie sehen die dinge aus dieser dinge ja naja weder der farmer wo er darf farmer aber nur sein oberkörper noch übrig nein es tut mir leid ich nehme an ich habe irgendwie zwei weggeballert und die waren irgendwie außerhalb wo ich die einsammeln kann und dann hat sich das spiel gedacht so hier nehmen die was wir mit den kalber steigen manchmal manchmal gehe ich gar nicht auf die los aber als spiel denkt dann so ok ich teleportieren einfach zu dir ich weiß nicht wie man da hinten hochkommen also gehen wir erstmal hier in anscheinend ist ja auch so ein maustrad irgendwo ich nehme mal nicht mit den sehen oder hören oder finden oder riechen kann ich darüber gleiten das sieht ein bisschen weit entfernt aus mein okay danach kann ich die norme einsetzen ich bin noch da drauf am treten ich hätte jetzt sowas von runter fallen pass auf alles noch einer jetzt volle ich hier runter und muss ich noch machen ja okay habe ich gerade angesprochen der strandschilder spielt möchte ich schnell genug einsammelern kommen wir einfach zu mir hingefliegt so ein charakter der mir fehlt ja dass ich mal darunter nur für mehr ein charakter sehr nix dann schnappen wir uns noch den stein und gehen zu mir meinen kollegen zurück wo war der bau nochmal muss eislinge so ja das ist das mini spiel genau jetzt bin ich spiel das irgendwie von mir verlangt zu bedeuten finde ich jetzt schon mal nicht gut ne also da wird nicht da wird nicht lustig glaube ich nicht mit super arg worden super nervig schnell wie vorwärten ich bin zu hoch egal wo bist du hier unter mir irgendwo oh man lass mich jetzt nicht ein stich ok gott ok treiberstein als klar stimmt ich auch gerade kommen können ob gott da geht so einfach jetzt jetzt auch nicht sein müssen also ganz ehrlich so einfach jetzt jetzt auch nicht sein müssen einfach nur ein zum flug wenn sie jetzt nicht unbedingt eine herausforderung machen müssen dann hätte ich auch irgendwie hätten sie auch einfach nur so ein steiner platzieren können und so haben wir hier wenn ihr darüber fliegt dann kriegst du den wie sie sein als ich das spiel jetzt gerade über mich lustig gemacht aber wir haben gehört du magst nicht zu gleiten hier tu mal vier dinge einsammeln schaffst du da du bist ein großer junger vor oder ist ja zu schwer aber kleiner junge willst du zu schwer fängst du gleich an zu weinen mit so einem kleinen schnuller sondern nennen 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 jetzt gleich in die hohe machen so ich habe in diesem winz aufhört jetzt geht schon so ein bisschen in unangenehme richtung da sollte man schweden ist dann sollte man witz abbrechen wenn ich wieder schlecht gelaunt ich hoffe weder ist zu irgendeinem zeitpunkt mal hier hingegangen und all diese fische abgeschlachtet die erinnert mich irgendwie an diese blöden warzenschweine aus genshin impact ich hasse mir jetzt mal wenn ich einen sehe schlachte ich die alle ab ich habe von an kurz der sie haben diesen blöden teleport punkt wo man sich hinterher podiert und bevor man sich überhaupt bewegt kommt so ein blöd warzenschwein angerannt und rammt ein ich war werde ich hinter der politik deswegen habe ich es mir zu mission gemacht jedes mal wenn ich eins von diesen blöden vier irgendwo finde dann schlacht ich hab auch wenn die nicht auf mich zukommen aber die kommen immer auf mich zu das problem was wäre passiert wenn ich mit dem renko eingegangen wäre und die mission abgeschlossen hätte ich habe einen renko ja hier ist jetzt was ihr mischtes gemüse und solche machen eine sekunde mal akili ich muss mal kurz damit er jetzt wieder nicht um falsch nimmt warum kann man nicht einfach allein zu der 1 drücken und dann zwischen allen charakteren weg sind wir aus und da ist auch seine funktion nämlich stört wenn sie mal so umständlich hier die charaktere zurück sind dann kann ich einfach nur 1 drücken und dann boom es wird zu jedem also ich meine beim allerersten im allerersten lego star wars zone mit aus in der sache die ich nicht verstehe ich habe ich noch nicht freigeschaltet das ist auch eine super einfache funktion zum zum freischein wo ist der renko kann nämlich spiel zu groß hierfür was hat gesagt dass ihr jemanden gefallen getan hat also ist ihr hier umsonst okay ja muss ich ja machen ok muss ich euch was zu essen geben ich bin extra von jahr bin gekommen um ein wettig leistend sandwich als glaubt packt frister noch ein alte ich bin so gut da gerne ich kann schon ich kann ja schon die sachen geben bevor die überhaupt zähne gesprochen haben also geraten he hau rein halte das kaputt aber kein problem ich habe ja schon also was was ich gerade gesehen ab wo ist er bei der unter anderem mein lieblings charakter aus was rock one so haben wir jetzt als ich mal an ernt aber wir sind gerade keine hier sind irgendwie zwei ist ein charakter quest hier also nicht so müssen wir noch so hin quest mäßig nämlich dazu verbinden kann ich habe ja futter power diese eine quest wo ich felsen aus der ferne wird mir angezeigt wo ich immer hin muss kann man ja so ein bisschen verbinden unsere ja wie noch mal alles erledigt dass man einmal gehen wir mal nach geonosis da waren wir auch schon lange nicht mehr dafür ist noch ein schiff sich gerade gehen wir nach geonosis alles klar in einem bösen klein zu einem ödlern planet verbinden wir also die ganzen quests ein bisschen miteinander ich hoffe auch dass wenn die quest wenn ich die nicht aktiviert habe wenn ihr mir trotzdem so angezeigt so herr mal jetzt was zu tun aber ich glaube das ist nicht der fall naja gucken wir mal ein bisschen unübersichtlich hier in diesem spiel also eine sache ich weiß nicht was ich hier alles woher die quests sind hätte ich aktiviert haben wo nicht so oft geschickt eine näher habe ich nicht kam hier habe ich nicht sind nur diese blöden dinger die die ganze aktiviert sind so wir sind noch gar nicht mal auf tattoo hin oder zu ach weil ich denn hier nee doch ich nehme man auch weil ja weil die im gleichen sektor sind nämlich an ok ich muss die mal um platzieren aber ich mache ich nach diesem part ist alles was ich heute aufnehmen will doch hier dich der ich kann ich endlich einsammeln und jetzt mal wieder mit dich die haben sich dahin gleiten hat kotz mich jetzt schon an ok so kann ja nur schief gehen sehr gut willkommen auf geonosis ernsthaft das ist der erste dass er erste steine nicht hätte finden sollen ich glaube nicht ich nehme mal an diese willkommen auf diesem planeten da sind also die ersten die man eigentlich holen sollte und er kriegen sollte ich bin mir ziemlich sicher nein das ist nicht der erste die man holen hat da gehe ich mir jetzt sind da ist wieder mit zum kaputt machen na warten wir wissen mein kollegin hier ist so aber der putz sagen wir mal den ein und raus hier dann kommt wieder so mehr als die hälfte haben wir schon das gut und da ist die quest ne ja was ist da schon mal meine dinge an die einsteigen die überhaupt nicht schwer zu kontrollieren sind dann komm ich da rein auch hier ist das ok hier brauche ich hier noch einer okay das letzte sagt doch mein gott jetzt 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 kann ich das ding öffnen irgendwie sind sie so dunkelmann kann ich doch noch durchschießen so cool ich habe schon einmal vor überhaupt ja allerdings nicht hierfür anscheinend hier rein größter teil hier aber soll ich mit dem ding ja nun durch das ding auf die andere seite bringen das wird nicht lange dauern ich kann das ding nicht anvisieren jetzt kann ich ein bisschen warum springt denn so hoch mann ich verstehe immer noch nicht okay das ding so lange gibt es dann nicht dafür sein ne nachkommen sagt mir jetzt nicht muss abbilden jetzt wieder okay das ist ein schlüssel sich gerade wie mache ich das jetzt auf wir sind dann eine ding da den kann ich noch nicht mehr entfernen ich muss dich jetzt nicht wieder boah muss ich wieder hier durchpacken so wie geht es jetzt da rein keine ahnung mach doch mal hier drauf da ich muss da ich muss da durchpacken dann rechtzeitig wo wir das ding dann ja wofür ist das ding denn dann hier batterien separat er sich hat mir einfach nur so platziert um mich zu verwirren arbeit da so ein hatte ich auch als lego sei so anders aus und gehen gehen oseanisch an ich habe die ganzen mikro schiff hier angeschaut ich habe ja alle mikro schiffe tour stern zwei mikro durch also ich habe jede wie man sehen kann ich habe jedes mikro dinge von jeder level abgeschlossen sind noch die die mehr 4 nr 555 jahr also mikro bälle da habe ich schon mal alle herausforderungen für mich halt nur da war also nicht der stein dann der mehr gefehlt hat müssen dann war genau irgendwo so eine dusche glaube ich gut da haben wir das letzte ding gehen wir da noch hin und er war halt auf tätowien irgendwo war so eine dusche glaube ich nicht und er war auf kurs nicht aber auf kursen hier ist nicht richtig ich komme ich da hinten jetzt irgendwo hoch anscheinend ja hier ist die dusche so dann mache ich die dusche jetzt kälter und sind in der umkleide soll es hier sein seife nach gummi händchen ja fleischsäcke sehr cool das muss eine anspielung an nights of the old republic sein hk 47 das muss eine anspielung an und nights of the old republic sein außer die haben oder so irgendwie auch mal fleischsäcke gesagt oder so und wenn dann haben wir von nights of the old republic kopiert sage ich jetzt schon blau stein sagen wir mal steine hier wir haben ein charakter fehlt uns hier noch ich sehe zwei kohl hätte man in einen charakter bekommt dann woanders sammle die steine in der echo basis auf geonosis so ein stein kreis der ist in der nähe der arena vergesst niemals in selbst haben statt 18 hat diese ein dinger die ich schon so oft gefunden habe sind hat diese dinger an die ich denke ja sind die dinger gerne oder kommen müssen wir müssen noch die dinger sein aber soll ich mir die machen und die machen zum gern aus jahren habe ja auch noch nicht nein nein du sollst sagen also er klappt okay dann müssen wir jetzt was mit den dingen auf sich hat sehr cool na gut nach ja hier war irgendwie ich weiß ja nicht was hier los ist ist eine quest von jemanden aber hier ist nirgendwo wie einer zielort festlegen da oben da oben bin ich aber auch schon gewesen einmal man nicht immer so dinger zum ran ziehen wie konnte man da hoch ne das ist irgendwie nicht mehr da wie er das verpackt aber wenn ich herausfinden dass sie irgendwas verpackt ist und ich komme da nicht dann irgendwie alles zu bekommen in diesem spiel dann drich durch ich sehe hier ist nix hier ist nix dann sagt mich so hier hin leute wenn ich hier alles irgendwie weh irgendwann finde ich heraus das spiel ist verbuggt und ich komme nicht an jona prozent hey du konkrete hat schönen traum canyon zu durchqueren kosmische energie will zu liefern und dabei nicht von insekten volk zerstört zu werden fremden folgt und getter auf die edelreise wird insekten folgt ab beschützt von getta vier um belohnen wartet auf einem fremden hinter kosmische energiewelle da muss ich sie dahin bringen man geht da wird wegreisen folgt das magische spur wo das höhere gong vielleicht muss ich mit ihr dahin und vielleicht sogar sein so vielleicht können es vielleicht sogar sein aber mein gott die am schaden an die gemacht weiter geht's weg da ist noch einer aber okay natürlich wenn er mich ein bisschen an hk 47 mein gott wie geil werden eigentlich die die ganzen star wars spieler wenn wenn die einfach hier so ganz viel externe die universe sachen hätten dann haben wir noch viel geil an der schmer folge jetzt der karakter von nights of the old republic oder jedi night oder so das müssen die man machen ne der geht nicht da irgendwo damit ja ich vorstelle wie geil das wäre so karaktere hk 47 oder rewan wie kai katan oder so empire wars hat das gemacht der dazu kai katan als karakter und dazu mara jay dazu kai katan als karaktere ich überlege ob ich irgendwann mal auch empire war let's play aber wenn ich das machen würde dann würde ich hier diese eine mod irgendwie mir herunterladen und mal spielen da gibt es ja so eine riesige mod die hat gesamte spielerlebens jahr voller weiter ich hatte hat mal gespielt aber letztes mal ist das gespielt hat das war schon vor vielen vielen jahren und da war die mod war schon damals draußen und die war schon damals riesig ich nehme jetzt mal sehr stark an die haben im lauf der zeit irgendwann mal die matt irgendwie mal so abgedatet und noch mehr zeug sein zugewicht will gar nicht wissen was die noch als dahin zugefügt haben ich weiß nämlich da gab es irgendwie so einen eigenen story modus den man noch hatte wie man ich weiß noch nicht wie man wo man das spiel jetzt herbe kommt weil ich glaube ich glaube ich glaube man konnte mit und ohne wc spielen wenn ich mich irre ich weiß nicht ich hatte hat die als ziel mal ich weiß noch nicht wo ich das herbekommen habe weil ich habe ja die original version von dem spiel und nicht irgendwie ich weiß nicht ob das spiel war mal bei steam oder irgendwie dort rausgekommen ist eine fremdlinge und wette haben wundervolles traum sie errichtung hätte wird in kosmische energie mehr eintauchen aber da ich der dem bot irgendwie schon mal gespielt habe nehme ich mal an dass ich irgendwo das dlc halt herbekommen hatte ich glaube nicht dass ich werde irgendwo illegal runtergeladen habe 88 formiert man ihn darum um ja bei den taten zu dienen ok so aber ihr seht ihr steht auch irgendwie alle charaktere also aber aus irgendeinem grund ist sie immer auf der karte noch das angezeigt und da macht auch schon wieder keinen sinn so man hat erledigt wo jemals nächstes sind dann irgendwas mit der mission na bo ja wenn ich jetzt nur wüsste also weil ich kann einfach die andere mission aktivieren bringt ihr mich ja auch zu irgendeine mission wo man die nummer das ist so beschissen gemacht wieso haben die hat nicht gefixt sie haben wie viele jahre zeit hat mal irgendwann zu fixen und viele leute haben dieses problem ich bin nicht der einzige so weiß man wir müssen sowieso nach feron net jetzt haben wir die dinge dahin packen werden wir bei jahren vier machen wir das ich muss sowieso naja wenn wegen dieser eine mission also machen wir jetzt tun wir zu ein bisschen verbunden und so so raum schlacht du bist nicht wie ich du musst sterben ja er zischt euch mal ja schön weg schon was wie lange brauche ich mich zu erledigen der geile sich tue mich eigentlich nicht bewegen ich tue eigentlich nur an einer stelle stehen und immer nur schießen irgendwie voll lahm ist man sogar nachdenken das ist ja eigentlich die gegend klingelt hier dann verlegt die immer aus den augen war und wir haben wahrscheinlich drei vier runden machen hier vorne ja so abgeschlossen jetzt kommt wahrscheinlich noch mal zwei runden oder sonne wir sind mal so wenn ich vor dass ich diese teil weiter alle abgeschossen habe jetzt kommt mir nichts mehr in die oh mein gott bei 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 die ladebildschirme sind irgendwie diesen zonen die voll lange ich weiß nicht wieso was war das nachher gut mein problem ist da kommt immer mehr pro wälle da stirbt dann stirbt nein du soll ich mich da und du stirbst ich nehme an der stirbt da stirbt der mich stirbt stirbt ja doch viel zu einfache das einfach nur stillstehen und warten wir sind wie weit nicht müssen wir bei den reichweiten schießt ich weiß gar nicht wie man ich habe noch nie irgendwie so ein spiel gespielt wurden wie so dark fight mir irgendwie spaß gemacht hat mir da aus der freund und so war hier diese rugs squadron wollte ich hier mal versucht haben in welches zu spielen wir machen irgendwie so spaß immer auf das gleiche hinausläuft wenn du fliegst einfach irgendjemanden hinterher und dann glaubt dieser ist er stirbt irgendwie nicht so interessant finde ich wenn ich ob es da noch irgendwie noch bessere sachen ich höre mal irgendwie hier band ein mco die haben ja auch irgendwie so wie heißt hat jetzt combat oder irgendwie so ein flug spiel oder so keine ahnung so mecca flug spiel ich weiß es nicht aber weiß nicht ob das irgendwie gut ist das soll auch relativ beliebt sein wir haben auch irgendwie so eine art spiel ist das hat immer wieder irgendwie so ein titel davon auskommt wenn ich noch nie eingespielt wieso es combat oder irgendwie so was heißt hat das immer ist das 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 ist 體制 ja bitte sagt mir was immer mehr wählen zu machen macht es jetzt nicht sehr viel aufregender ist sagen ich immer genau gleich hin als mit mehr gegnern mein gott kann ich einfach die mission abgeben ohne hier angezogen zu werden nein ich will eigentlich schon wieder raus danke nein wir schaffen schon ich glaube an euch rebelle vor noch ein tor und sohn er hat weg ich will noch ein paar teils hier ich habe jetzt zu verlassen aber wie nett von ihm ist so gut wie hier das war die neuen medaillen werden dringend gebraucht also letzten zeremonie sind sie ausgegangen hat es gar nicht lustig so haben wir nicht irre dann müssen wir jetzt eine noch machen so haben wir jetzt alle von den rot dingen ziel im roten schwadron da kannst du mir sagen ob deine quest ist oder nicht die question nicht aktiviert ich weiß nicht mehr wort war tatooine guter power hat er lässt du mir die so einfach irgendwo auf mann da muss ich dahin ja nach war mir nicht einfach irgendwo aufgelistet so herr mal dann kannst du jederzeit anklicken ich muss immer wieder finden okay hallo der app war eigentlich wenn man darüber nachdenken eine schwachsinnigsten momente überhaupt obi-wan ist einfach darunter gesprungen zu general grievous um single von droiden in keinster weise obi war das irgendwie überleben müssen habe ich so ein gefühl ich drücke unten die ganze kollege ja warum obi-wan gelebt überlebt hat es weil die drohen sich einfach ausgarten eigentlich voll erledigen müssen hier gibt es jede menge seltsame steine und bauten in den ruinen da drüben ist glaube ich auch ein kreis nein das war eine wahl es muss aber ein kreis sein ich muss ja immer zum tanzen bringen schau ich die moves an okay ja fertig so nächstes mal na bo na bo ich war doch gerade da man ja mal nach hot weil da sind eine menge sachen auch mal wie viele dinge so eine menge sachen die ich hier mit einem schrott sammler machen kann glaube ich dass man da auf hot wenn ich glück habe ich den planeten auch hier halbwegs abgeschlossen mal schauen weil da sind ja auch so viele sachen die ich mit einem schrott sammler erreichen konnte können wir ja da mal machen da kann man ja mal machen so die sind auch noch eine request wenn man schon mal hier sind die aquamarien staffel wurde nach mos eisley auf tattooing geschickt ja leute für die allianz zurück nach tattooing versucht herum zu fragen ob jemand den sie aufgesucht haben etwas weiß okay also ich dachte ich mich in der quest oder so du stück so da dann können wir ja locker holen hoffentlich oh gott ich muss hier so ja das ding ist viel zu schnell ganz ehrlich ich fange an die schrott sammler in diesem spiel zu hassen oh mein gott wie können die nur so beschissen gemacht worden sein so blöd gemacht diese blöden dann ist das gleich die ganzen schrott sammler dinger ja machen was los ja alles klar ja so tanze für mich die fußabbrücke sind also vier in den füßen der lego figur möchte ich jetzt erst alles klar wo sind die ganzen ich weiß sie sind so so wände zum kaputt machen wo sind sie sie sind so da ist das vermögen ich habe hier der bleib auch kaputt ja noch schöner so im mund stopfen die lautsprecher durchsagen machen und wie ihr wahrscheinlich schon gehört hat ist das nicht meine stimme reparieren wenn wir teile in gutem zustand würde sagen ich muss nicht dran ist klar mache ich irgendwann mal vielleicht eines tages vielleicht möchte ich gerne schon der maul stopfen wie schnell wie möglich da kann immer noch giftgas raus das ist ein bisschen besorgniserregend so heute hat er so aufmachen können warum wenn man auch gewalt beten kann so stirbt ding aus gold stirbt aber ich habe eine rakete wir müssen können okay achten fünf charaktere meine güte meine güte aber doch mal hier nichts haben wir ja alles klar stimmt durch eine quest irgendwie dann zeigt mir doch nicht die ganze zeit hier an das glaube ich hier wie ein blöder die ganze darum erwarte irgendwann dann hier was finde so ach ja hier bin ich aber ich finde die effekte an den lego figuren hat frost ja eine lego figur genau habe ich da schon zu einem millionen mal geöffnet jetzt kann man endlich mal ding ja kaputt ja bot hallo tut mir nicht weh ich meine es nicht böse mir wohl gesagt dass ich es ist ein leichter job eine basisstörung ein paar rebellische schenkung ein bisschen lachen ein batzen essen mit nach hause in die höhle hinzunehmen aber ich konnte nicht einmal die wand einreißen und ich hörte dass diese beiden einen mein kumpel richtig zur schnecke gemacht haben also gebe ich mich jetzt damit zufrieden hier in ein stück raus zu kommen ist ja wo der ausgang ist da lasst uns gehen versuche einfach zu verhindern dass mich die rebellen unterwegs sehen sie scheinen bin ich labiert zu sein okay kann man ja noch machen der bomper wanderung aber ich suche aber eigentlich gesagt hier ein stein man verwundert sich so wie soll ich da jetzt anstellen natürlich nicht sehen soll ich die soll ich die erledigen ja 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 lacht aber ich schwöre ich habe ihn gesehen irgendwo in dieser basis reiht sich ein wort herum ich gehe noch mal sehr dreh ihn durch aber wir sind schon wieder log beeinflussen bitte gehen mal da rein bleibst du an da drinnen und dazu mehr da kommen wir durch kollege da kommen wir durch kollege kommen sie hier durch ich hatte ja eingesperrt was soll ich sonst noch machen da kommen wir durch ich spreche auf leute er macht mich völlig leute ich bin auch einfach weiter du kollege mann ich glaube es nicht das problem ist echt nicht jetzt echt kein problem wenn wir hier einfach platt machen können die frage ist wo müssen wir hin neige los ok was geht's jetzt nicht wo wir hin lassen hin müssen da kann ich mich leichter aufmachen da kann ich einfach machen kollege warum läufst du nicht weiter ich krieg ja gerade kotzen lauf doch und stecke ich dir meinen lichtschwert in die lente und ich sollte dich fahren dieses licht schon war schon in so vielen anderen wir haben es auf zivilisierte weise gemacht das funktioniert okay können auch so machen ist kein problem wir werden abschauen ja überhaupt nicht und ja gerade sagen ich habe du tut du okay da haben wir es geschafft haben wir doch oder wir haben es geschafft ich muss nur waren dass die tür aufgeht und dann schleichen wir aus ganz heimisch ich war gar nicht hier nicht für leute wenn sich die mühe machen einen bumper zu helfen ihr seid schon etwas seltsam und das macht sich dankvoll hilfe hier bumper so viel wo schon wieder mein jedi ich meine jedi ist nicht da ich kann nicht spielen warum nicht was soll es gut da muss ich sagen dass wir diese folge wie weit sind wir immer noch 55 ein prozent haben wir bekommen also ich danke für zuschauen ich hoffe euch hat diese folge gefallen jetzt vorher geht es dann wieder weiter mit einigen quests und ja guck mal wie weit war kommen ich danke mich da jetzt zuschauen und lassen leiten aber kommentars würde mich voll freuen hat sich in diesem fall wieder tschau